Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Bis zum nächsten Mal Ich bin noch ein bisschen am Fuchsieren hier Dass ihr auch jahre genug zu sehen bekommt Entschuldigt die Unangenehmigkeit dafür Ich versuche das mit einem Emulator Hat aber leider nicht so ganz funktioniert Aus dem einfachen Grund Dass ich auch keinen Sound aufnehmen kann Daher brauchte ich das gar nicht erst ausprobieren Und jetzt versuche ich gerade für euch So ein bisschen hier In vernünftigen Position zu finden Und es noch nicht so viele Reflektionen stattfinden Ja, ich glaube, so geht das Dann würde ich sagen, hier machen wir eine kleine Runde Let's Play Pokémon Gelbe Edition Als Retro-Let's Play heute Und das haben wir uns schon gesehen hier Ja, ja, ist ja gut Das haben wir schon Können natürlich weiterspielen, aber Ach komm, wir machen einfach mal weiter Achilles Oh, ein 3 Dann machen wir mal ein neues Spiel Wenn wir sowieso nicht so weit sind Gucken wir mal gerade Motak, Suki, Safira, Broben, Sandan, Pipi Okay Suki 31, Alter, was war ich für ein Suchti hier Das gibt's ja wohl nicht Safira Nur Texo, also Aha, cool Brom Ah, da wird 30 Sondan Können die nicht eingesetzt werden Okay, Sondan habe ich nur deswegen Und Pipi habe ich deswegen dabei Okay, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin Ähm Dann hat er gesehen, 3 Orden Schön, wenn's wackelt ist Wie gesagt, geht leider nicht anders Ah, schnell Achilles Achilles Ich glaube, der Name ist falsch geschrieben So, wir haben den Stein, Wasser und irgendwas on 11 Stunden 32 sind wir am zocken Okay Haben wir Fahrrad TM 28 TM 34 hier Ach du Scheiße Leute Was für ein Bullshit hier Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin Anscheinend sind wir hier auch schon durch Ich Oh, da hat der Herzchen oben drüber Habt ihr das gesehen? Hat ein süßes Herzchen oben drüber Ein süßes kleines Pikachu Ja Du bist doof Okay Machen wir mal weiter Ich weiß wie gesagt nicht, was ich jetzt überhaupt mache Warum ich hier bin Ich hab keine Ahnung Ich weiß nicht, weil ich das das letzte Mal angefasst habe Das Spiel Wir sind anscheinend schon durchgerusht Na gut, ist klar Dass wir hier schon durchgerusht sind Ich weiß nicht mehr, was das überhaupt für ein Ort jetzt hier ist Hört euch diesen Sound an Leute Das ist extrem retro Ach wir sind hier im Kraftwerk Ja Chico, wir sind am Kraftwerk Ist das nicht toll? Deswegen, ich weiß jetzt keine Geschichte vom Voranfang Aus dem einfachen Grund Wir alle kennen es ja im Endeffekt Jetzt einfach nur Um dieses alte Spiel nochmal zu würdigen Ich würd sagen, wir gehen nochmal kurz in den Focus Center Wir müssen nämlich jetzt da reinlaufen Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind Machen sie wieder fit Heilen Okay, wir benötigen deine Pokémon Ah, ich sind ja Ah, da bin ich Hallo So Machen wir so, dann ist mal weniger Danke, deine Pokémon sind jetzt hier topfit Komm hier, jetzt seid ihr ja vorbei Okay, mach ich So, dann machen wir nochmal Wir haben auch hier unseren ersten Bitch Fight Ich hab einige Pokimanias nie dagegen gesehen Freut mich für dich Ehrlich, ganz großes Kino Oha Oha Ich sehe nichts Pipi, setzt Blitz ein Ich weiß nicht, warum Blitz jetzt dagegen helfen soll Oh, da haben wir einen Fight Jetzt geht's los Meine Pokémon wollen kämpfen Los geht's Okay Pokimaniac möchte kämpfen Tragosso Ja, da werden wir natürlich mit unserem Murtag Einiges ausrichten können Mal Blubber hier Müsste reichen Heula Was ist mit dir? Was ist da los? Okay, dann müssen wir mal Antwort Knarre Sieht euch diese billigen Kampfanimationen an Ey, das ist so schön Man sieht nicht wie viele EP die überhaupt brauchen Das ist so geil Man sieht gar nichts Ne, ne, wir kämpfen schön gegen Flettmon und kämpfen weiter Nein, nicht Aussetzer Boah Blubsstrahl, okay Stimmt, hier hat es ja zufällige Attacke Aber normalerweise bei den neuesten ist das ja so Die Attacke, die zuletzt eingesetzt worden ist Konfusion Okay, hat nichts gebracht Bös! Ich weiß, normalerweise müssen wir jetzt Pikachu einsetzen Ähm Dadurch, dass ich aber meinen Murtag noch auf Level 30 trainieren muss Mit R ist mal eingesetzt Gut, Blubsstrahl ist nicht mehr blockiert Spielt es ihr Zähne Meine Katze guckt mich grad total entgeistert an Achilles besiegt Pokémaniac Pokémon Advanced SP Game Over 11500, nein 150 Na Kamera Willst du dich mal scharf stellen? Ok, rasselt aus Gut, spielen wir mal so jetzt Auf der Mittelpunkt ist halt zu sehen Ich weiß nicht mehr, wo wir hier überhaupt Überall hin müssen Und scheint hier durch Hat mein Eine Intelligenz hat mir das jetzt gerade verraten Nächster Bitchfalt Zuhause zeichne ich gerne Pokémon Ich auch Cool Ich kann zusammen zeichnen, wenn du willst Pokémaniac möchte kämpfen Pokémaniac fällt mir mal ein Ich glaube ich hab sie mal herangesucht Ja, mein Kiermama ist alle das gleiche Pokémon dabei Ausgeglichen dieser blöde Sack Aua Volltreffer Wer 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 Ah gut Glubber Das interessiert mich nicht Wie ausgewichen Montagel 529 Besiegt Ich bin erschöpft Dein Pokémon musst du kämpfen Wie viel EP braucht der meinen? Montag denn noch Puh 407 noch. Dann ist Level 29. Jamai, das sollte doch zu machen sein. Ich freu mich, warum ich noch keine... Ich kann mich nicht auf die, aber ich will kämpfen. Ein bisschen spielt dieser Kampf-Sound. Das ist Ranger, ne? Eine Pfadfinderin. Stimmt, hier gab es ja Pfadfinderin. Myrapla. Jetzt haben wir ein Problem. Pflanzenscheiße. Oh, schönes Ding. Direkt ein... Volltreffer. Das wird schwierig, Leute. Das wird echt schwierig jetzt. Nein, nicht schlaf, Bruder. Bist du denn das Wahnsinns? Wir haben keine Tränke, merke ich gerade. Wahrscheinlich war ich deswegen auf dem Weg zurück. Ja, das ist jetzt irgendwie relativ doof. Wir haben eine Top-Genesung. Das verwenden wir jetzt einfach mal. Sind wir wieder geheilt und schlaf es weg. Das ist sehr gut. Und jetzt... So ein Gnadenstoß. Myrapla ist down. Sehr nervtend, irgendwie diese... Diese... Diese Schlafpuder-Attacken und Giftpuder und sowas. Oh Gott. Das haut rein. Ah, es geht. Es geht. Wie gesagt, das war dein Fehler. Letzter besiegt. Haben wir nochmal gut überstanden jetzt. Nach dem Volltreffer hätte es auch nicht mehr sein müssen. Muttsack erreicht Level 29. Achilles besiegt Pfadfinderin. Oh, ich habe verloren. 440. Okay. Gut, hier hinten ist nichts mehr. Wahrscheinlich war ich deswegen auf dem Weg wieder zurück. Ich wollte unbedingt... Energy holen. Tränke und so einen Scheiß. E-Term. E-Term. E-Term ist eigentlich schon eine Attacke. Blubber. Ausgereicht. Äh, ausgereicht. Das reicht aus. So rum. So, wie viele EPs braucht es denn noch? Um jetzt Level 30 zu werden. Ja, zu kommen. 1880. Ja, das ist ja nicht viel. Vor allem nicht, wenn wir uns alle paar Schritte... Oh. Ein Onyx. Relativ seltener. Da setzen wir auch mal lieber Aquaknarrer ein. Ich weiß nicht, was stärker ist. Blubbstrahl oder Aquaknarrer? Kann ich jetzt gar nichts sagen. Nummer 6. Jetzt noch irgendwas mit 1600. Alter Schweber. Super. Jetzt haben wir mal alle durch. Mehr gibt es hier nicht. Da setzen wir mal Aquaknarrer rein. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, behaupten. Mit Biss kontern wir mit Biss. Sind ganz schön Biss an hier. Aha, aha, aha. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Passt jetzt mit meinem Superwitz. So, Maniac. Gehen wir mal ein vernünftiges Tragosso aus. Glumanda. Perfekto. Möchtest du mal Aquaknarrer? Sollte ausreichen. Jawolski. Weg ist er. Und Tragosso. Null Chance hat er da. Ihr müsst euch mal bedenken. Selbst dieses alte Spiel weiß schon, was er mit B anfangen soll. Das ist echt hammerhart, ey. Was? Der lebt noch? Dann machen wir einen, 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 einen Blubber. Einen Blubber machen wir hier. Also eine Blubberkugel machen wir auf ihn drauf. Haut voll rein. So weit, so gut. Achilles, 1100. Na was denn nun? Spaßvögel verkleiden sich gerne als Pokémon. Ja, whatever. Pokémon. Ist es jetzt ein verkleideter Mensch oder ist es ein richtiges Pokémon? Boah, mit dieser verkleidete Mensch hat Spezialeffekte und dann Fliegen. Oh, guck mal, die Knochen, dude. Ihr müsst mir denken, normalerweise ist es eigentlich gar nicht so weiß, wie es jetzt darauf aussieht. Sondern es ist verdammt grünlich eher. Oder gelblich. Gelb-grün nicht. Auf diesem Bildschirm, auf dem richtigen Bildschirm. Oh, hier haben wir einen Steintypen. Das ist gut. Den holen wir uns. Ein Pokémon wird sich das fürchten lehren. Oh yeah, dude. Ich habe mich rasiert. Sieht man das? Egal. Oh, nix. Kleinstein. Okay. Bei einem Pokémon Kleinstein. Oh, er hat aber schon ein höheres Level. Normalerweise, wenn ich jetzt normal gespielt hätte, die normale Edition, die rote zum Bleistift, hätte ich bis jetzt nur einen Pokémon, soweit ich weiß. Und zwar Glumanda. Okay, das wäre jetzt Glutexo auch schon. Aber es wäre wahrscheinlich schon kurz vor... Oh, er wäre halt schon Glurak. Normalerweise beim dritten Orden ist es meistens immer so, dass ich dann immer schon Glurak habe. Weil ich ja auch hier wirklich jedes Pokémon mitnehme, was ich da kriege. Bei mir ist es auch so, dass ich im ersten Gras schon auf Glutexo halt trainiere. Ich weiß nicht, das ist so eine Macke von mir irgendwie. So, dann nehmen wir auch mit. Zeig mir, was du drauf hast. Okay. Ja, lass mal gucken. Ach, das ist die ganze, was du so stört. So. Jetzt ist es doch besser. Scheiße, Macholo. Da haben wir mal unsere Stärkstattacke raus. Oh Gott, 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 oh Gott wir jetzt noch mit den nehmen wir noch mit super level 30 du bist gut 700 poké dollar pokémon tja normalerweise wäre jetzt suki dran allerdings dass suki natürlich keine chance hier gegen irgendwen hat tauschen wir hingegen machen jetzt mit droben weiter damit relativ am meisten chance jetzt hier hat des weiteren entwickelt er sich ja eh auf level 32 und vielleicht können wir sogar noch eine entwicklung hier sehen das war natürlich super cool oh da braucht aber einiges an punkte jetzt haben wir hier noch was da haben wir alles besiegt so dann kommen wir her ich glaube gerade pokémon sind effektiv gegen pflanzen war wenn ich mich recht entsinne weiß ich jetzt nicht mehr so genau aber ein kleinstein sollte kein problem sein von unseren proben was haben wir da hier rasierblatt sieht aus wie so ein köter von hinten volltreffer perfekter so ist noch 1900 es kommt nach rollo der ist gleich wie gesagt ich glaube diesen effektiv gegenüber pflanzen pokémon die kampf pokémon volltreffer super das geht ja ratzfatz hier kleinstein auf keinsten fietsten das rietsten das retro ich sag jo ich bin verstanden du hast du sagen wenn man ein bisschen ansuchen so Pokémon wechseln? Nope. Nope. Das Kleinstein nehmen wir jetzt auch noch mit. Und dann haben wir es. Das wäre cool, wenn wir jetzt noch eine Entwicklung zusehen könnten bei diesem Spiel. Das wäre echt nice. Achilles besiegt Wanderer. Oha, du hast gewonnen? Oha, du hast gewonnen? Ich bin fett. Fetty Matchback. Hey, Bruder. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Ach nix. Perfekto. Dann können wir gleich erstmal ordentlich EP-Dus hier. Also normalerweise bin ich, wenn ich das rote oder gelbe spiele, rote spiele, bin ich eigentlich meistens immer so 10 Level über die normalen Faktoren hier raus. Also 10 Level über die stärksten. Ich sag mal, die, die wenige Pokémon haben, haben dafür, die wenigen sind dafür stark. Und die, ähm, ja, die mehrere Pokémon haben, haben halt etwas schwächere. Und meistens von denen, die weniger haben und dafür stärker sind, dann bin ich meistens immer so 10 Level eigentlich immer drüber hinaus. Der Takt ist sehr effektiv. Level 31 schon. Perfekto. Mein bestes Team, das ich bis jetzt bei Pokémon mal hatte, also bei der Feuerroten, das war ein richtig krankes Team, da hatte ich den 5. Orden und alle schon auf Level 50, 55. Das waren Nocchan, Nidoking, Dragoran, Glurak, sonst betrögen Kikli, äh, Nocchan, Dragoran, Nidoking, Glurak. Ja, die 5. Sachte, wo bin ich? Wo geht es nach draußen? In 7 Monaten. Normalerweise trainiere ich immer ein Drachenteam. Drachenteam sind so, eigentlich das Beste, was du haben kannst. Sollen wir den Spiken auch noch ran? Aber ich möchte gerne, wie du sollte, etwas mehr Respekt zeigen. Also ich werde jetzt hier auch nichts cutten oder sowas. Ihr werdet jeden Kampf jetzt hier miterleben. Weil das voll cool ist. Was ihr blauht? Fah! Volltreffer, Alter, mach dir nur Volltreffer. Georock, ei, 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 ei. Jetzt, jetzt wird es hart. Aber ich glaube, das schafft mir schon. Ich habe jetzt noch kein einziges Leben verloren mit dieser, äh, dieser Knosp. Volltreffer. Alter, jedes Mal ein Volltreffer. Was ist da los? Seid ihr von der besten Seite hier? 603, okay. Ich gebe auf. Ich bin fett. Ist hier ein Station? Hier ist ein Station. Cool. Ich habe auch, ähm, bis jetzt dreimal shiny Pokémon gesehen. Und zwei davon konnte ich fangen. Den ersten konnte ich nicht fangen. Das war in der silbernen. Direkt im ersten Gras kam mir ein shiny Hut, entgegen. Zu dem Zeitpunkt war man natürlich noch keinen Pokébälle. Dammter Hacke. Dann habe ich noch ein feuerroter, habe ich dann einen blauen Voltoball gefunden. Das war schon voll cool. Wanderer nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Okay. Tic, was willst du? Deine Wanderer hat aber anscheinend vergessen, seinen Weg zu markieren. Pummelhof. Ah, guckt euch die Augen an, ey. Voll gruselig. Passiert Platz. Ich glaube, bei Bodyslam tun wir uns selber weh. Ich will mal gucken, wie lange wir die es schaffen, ohne ein Leben zu verlieren. Ich glaube, jetzt wird es passieren. Volltreff? Was ist los? Was ist da los, Alter? Geht mal gar nicht. Oh, jetzt haben wir ein Problemchen, weil Flugpokémon sind glaube ich auch effektiv. Ich weiß es nicht mehr. Volltreffer. Die Attacke ist nicht so effektiv. Was ist mit dir? Er macht ja nur Volltreffer damit. Das geht doch gar nicht. Ja. Noch ein Volltreffer? Hat der auch was an? Der macht ja nur Volltreffer. Ich habe mein Bestes gegeben. Ach, er ist 502. Pokedollar. Pokémon. Brom. Achso, Status. Nach 237, dann entwickelt sich. Ich glaube, es ist bei Level 32 dieser Knosp. Oh, Macholo. Lurak entwickelt sich auf 36. Ich weiß aber leider nicht mehr, wann tot er. Ich glaube, 38 war das. Bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Bodyslam. Macholo ist paralysiert. Perfekto. Zwecke. Wahoo. Level 32. Schöne Ding. Hey, Brom entwickelt sich. Juhu. Brom wurde zu Bisa Floor. Jetzt muss ich mich kurz kratzen vor Freude. Ist das gut, diese frische Luft zu riechen. So. Nicht nur, dass unser Gutexu, äh, unser Gutexu, unser Visa Floor jetzt Level 35 erreicht hat. Nein, wir haben auch hier die gefährlichste Stadt der Welt erreicht. Die Stadt, die viele Menschen den Wahnsinn getrieben hat. ich rede natürlich von Lavandia City. Gebt euch diese Musik, Leute. Lavandia, die edle, violette Stadt. Um diese hier ragen sich Milliarden von Mythen. Und keine einzige davon ist wahr. Ja, so ist das. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden an Dachten gehalten. Wir kommen eh noch nicht in den Turm rein. Daher können wir uns das erstmal sparen. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das ist die Frage. Hup. Achso, sorry. Aber ich muss mal gerade gucken. Sorry, Leute. Ah, ist mir. Ah, diese Stadt ist ja graus. Erstmal gehen wir hier Pokémon-Center. Da. Und füllen wir da unsere Pokémon wieder auf. Heilen. Please. His. Be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be. Danke, deine Pokma, sind wieder topfit Komm, jetzt halt wieder vorbei Mach ich Gut Dann gehen wir auch mal kurz in den Markt rein Weil ich jetzt auch mal Kaufe 59.000 Hier, wir nehmen mal 10 Supertränke mit Normalerweise kaufe ich eigentlich nie was ein Das meiste finde ich immer Und meine Pokémon sind eigentlich auch immer zu stark Dass sie halt nicht besiegt werden, bis ich zum nächsten Pokémon Center komme Aber das war gerade mit Visa Floor Ziemlich knapp Und wir gehen jetzt ganz schnell wieder raus aus der Stadt So, wir haben hier ein Problem Hier sind nur Wasser-Pokémon Und wir sind gerade mit Blutexo unterwegs Das heißt, wir werden einen anderen Weg beschreiten Und müssen erneut durch die verfluchte Stadt hier rennen Gott sei Dank Wenn man, soweit ich weiß, wenn man Eine bestimmte Abfolge von Blablabla macht Das soll sogar wirklich funktionieren Es wurden nämlich Ich fang mal so an Es waren in diesem Spiel noch 512 MB Speicherplatz frei In dem ganzen Spiel Und man hat sich überlegt Was macht man denn damit Man hat in diesem 512 MB Mew reingesetzt Mew gibt es in dem Pokémon Spiel Zu 100% Man muss diesem Spiel nur was vorgaukeln Und zwar durch eine bestimmte Abfolge von Aktionen Gaukelt man diesem Spiel vor Dass diese Zahlenkombination Mew sei Und hier in der Art und Weise Kann man es finden Wenn man hier lang läuft Ich glaube ungefähr Hier, auf diesem Punkt, wo ich jetzt stehe Kommt Mew heraus Und man kann es fangen Auf Level 5 glaube ich ist das dann Das ist total cool Also es ist wirklich machbar Welches Pokémon ist süß? Pummelig und kuschelig? Pummelung 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 Schnörre Ne, Gürre Genau, Schnorrer war es ja Pipi Nur Safira Oh Gott, der Name ist ja mal sowas von überhaupt nicht verdient, ey Du Plexi Batsche, Batsche Batsche, Batsche Batsche, Batsche Achso, ich habe mit Dieser Flo noch dreimal Rasierblatt eingesetzt Und es war auch wieder dreimal Volltreffer Ihr könnt ja mal zusammenzählen Wie viele Volltreffer es im Endeffekt jetzt waren Hier, Wur Bum Nochmal Pipi Nein Ja, die Tex hat nicht gerade die besten Attacken Auch Raserei ist eigentlich mit eine Attacke, die ich überhaupt nicht haben will Nur ich setze halt wenig von Heuler, Routenschlag und sowas Bin ich kein Fan von Ich bin lieber hier der Typ mit dem Jetzt hau mal drauf Es gab mal ein Cherox bei mir Das hat auch mal Schwertanz Auch Absol Hatte Schwertanz Fand ich schon ganz nice Aber das war es auch so Nein 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 Au 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 Bitch Slap hier Also es kann bis zu fünf Runden jetzt dauern Das heißt es ist ungefähr noch drei Runden Aufgemacht Und verschwindet damit eine Runde mit aufwachen So So Amba sie Amba sie Amba sie Amba ihn Achilles besiegt Göre Hör auf Hör auf Sei nicht so gemein Zu pipi Dann geh aufs Klo Blöde Schnöpfe Okay gehen wir weiter Mit diesem alten Sack Reden wir jetzt auch nochmal Ich bin ein weiter umgekommener Glücksspieler So ich glaube dein Glück hat sich so eben verlassen Muhahaha Sieht auch kein bisschen behindert aus Kollege Vokano Er hat mir mal lebendmäßig geben müssen Geowurf Blut Ein Lebenspunkt Was? Vier Du musst mich verarschen Stirb Nein Nicht selber Blink Cressar Also die vier Volltreffer Meine Pokémon Das ist ja unglaublich Und warum Warum Kommst du kein Level hoch Oh wie süß sieht das denn aus Guck mal wie knuffig Wohl Wohlpix aussieht Wie ist das zum Anbeißen Süß Fucking Volltreffer Ja Das nochmal Greifen Scheiße Oh Gott Das war knapp Immer noch kein Level hoch Okay bei dem dauert es ein bisschen länger Dein Jackpot hatte ich bis jetzt auch noch nicht geknackt Gut aber du kannst mir gerade tausend Äh 1600 Dollar geben Äh Pokedollar Oder ich meine Hol das auf jeden Fall 50 EP Gibt's zurück Machen wir mal weiter Um zu gewinnen benötigst du eine gute Strategie Ich habe eine Hau weg die Scheiße So ist meine Strategie Streffer möchte kämpfen Streffer setzt Slimer ein Und wir Saphira Blut Saphira Oh das war ein Funzkerl Warum krass immer was ausmacht bei Slimer Verstehe ich aber einmal nicht Klubs Slimer Ist jetzt halt auch nochmal ein besserer Tacken herlernst Kollege Mal Glut Volltreffer Super Oh Gott sei Dank Okay Slimer ist auch weg Endlich Erreicht etwa 31 Mal Glut hinterher Glut ist die beste Feuerattacke die wir haben Okay Die verschwenden immer Runden mit Aussetzer Alter wie viele Volltreffer alle hinlegen hier Das ist doch nicht mehr witzig Ich habe verloren Das ist nicht logisch Willkommen in meiner Welt Wenn ich manchmal online zocke Denk ich mir auch nur Kannst du die Logik erstmal Vergraben Genau 50 Perfetto So 2065 Die Glatschung kommt jetzt so leicht hinterher Die Schule macht Spaß Pokémon zu drehen aber auch Teenager vermute ich mal Nein Streber Smogon Apropos unlogische Pokémon Der müsste eigentlich voll explodieren wenn wir ihn mit Feuerattacken attackieren Boom Schmeckt das noch mit Basketball in der Minute ey Smog Oh ich ging daneben Gott sei Dank Krasser Das war's Das war's Okay Ich gehe lieber zur Schule Das würde ich auch sagen ja Ich mag alle Nidoran sehr gerne Deshalb sammle ich sie Guck mal Das Nidoran ist ein Weibchen Und das Nidoran ist auch ein Weibchen Und guck mal Dieses Nidoran geht überhaupt nicht weiblicher als jetzt Wir hätten jetzt nicht ein Nidoran Männchen Weil es ja auch kein Nidoran wäre dann Nein auf keinen Fall Yes Brennt Verwendung und Schalt Nidoran Und damit Blut reicht es als aus Das müsste tot sein das Vieh Perfekt Und ein Nidoriner Und die ist auch am Brennen Perfekt Dann werden wir den mal durch die Gegend schmeißen Das ist probelige Vieh Nidoriner also Nidoran weiblich und Nidoran männlich sind die einzigsten Pokémon in den ersten Editionen die ein Geschlecht haben Also wo man sieht dass die ein Geschlecht haben Das gab es damals noch gar nicht Das finde ich eigentlich ganz interessant Da könnte man wenigstens auch seine Anfangspokmaren weiblichen Namen geben Und uns 5000 mal neu anzufangen bis sie mal weiblich waren oder so Keine Ahnung Für die Perverse unter euch ist nun mal so Warum? Warum nur? Mauzi ist so süß! Miau miau Was anscheinend auch meine beiden Katzen noch nicht erlebt Da wirst du ganz schnell anders denken Fräulein Durch die Kionpfen Mauzi Luragglut 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 Hätte ich jetzt mit Mauzi Zahltag eingesetzt Würde ich jetzt haufenweise Ja Münzen kriegen für die Spielhalle Teil sinnlos Ich mein Warum kann ich die nicht so als Geld behalten Und dann eintauschen wofür ich will Jetzt ist diese Fliege die mit Abstand berühmteste Fliege auf YouTube Oh mein Oh mein Er wird 32 Mauzi mit Geowurf Ok Raserei will ich mal ungern einsetzen Weil die Attacke jetzt so auf die Schnelle nicht viel bringt Und Mrau Miau Mileau Nein WING Es muss ziemlich blöd aussehen wie wir hier rumstehen. Das ist doch schön, dass es wenigstens einer auffällt. Also so. Oh ja da, viele Pokémon. Topsy! Geh kaputt! Nein, die Sonnenwirbel! Nein! Nein! Geh kaputt! Und ratzfotz! Aaaaaaah! Entschuldigung. Down! Und niederammeitlich! Scheiße! Ich werde gerade noch was ausprobieren, aber... geht anscheinend nicht. Und Mautzi! Was ist denn so euer sinnloses Pokémon, was ihr meint? Also was ist euer... was meint ihr, was das sinnloseste Pokémon ist, was es gibt? Das würde mich mal interessieren. Schrottet es in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin überhaupt noch zugeschaut habt. Nein, es ging daneben! Boah, es ist zum Heulen! Und... Und... Dumpss! Na! Mach jetzt mal! Und Minoranmindig! Du, als ich noch keinen von denen mit... ...Giftstarre bekommen habe, ey! Doppelkick! Laserschelle! Laserkick! Laserschelle! Doppel! Drehkick! Schlag! Da ist die Hornatacke! Fuck it! Jetzt geh weg, du blödes Vieh! Jetzt brauchst du auch nicht mehr mit dem Volltreffer ankommen! Schau, was du getan hast! Ich... 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 Super Traum... Mal hinterher... Kippen hier... Dann muss ich überlegen, mit was man die Pokémon eigentlich alles vollstopft! Mit ganzen Medikamenten und Chemikalien und sowas... Ich... Halt! Das war falsch! Sander! Zerschneider! Zack! So, und hier kannst du jetzt einen... Fulcano finden, glaube ich! Entweder Fulcano oder Vulpix! Ich weiß nicht, aber... Bei Rote kannst du einen Fulcano, bei der Blauen kannst du einen Vulpix da finden! Aber ich weiß nicht... Na! Welches du jetzt da finden kannst! So, und mit dieser Reihenfolge, die du tätigen musst, hat was mit diesem Gebäude zu tun! Und mit dem Typen, der da unten drunter steht! Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl! Digga! Ich hab eine riesige Auswahl in der Hose! Du weißt, wie viel... Du weißt viel über Pokémon! Doch, wie sieht es mit Chemie aus? Chemie brauche ich auch unbedingt im Pokémon-Kampf! Ja, auf jeden Fall! Ausρεhe! Streber! Zwei zu Ball! Raserei! Letzter!! Vierer und Raserei! Angriff hinzu, Raserei Fälschrei, ging daneben, Raserei Weg damit Smogon, möchtest du das Pokémon wechseln? Nein Das geht ihm jetzt endlos weiter Ich kann nichts anderes mehr machen jetzt Bei meiner Schwester ist noch mal was geiles passiert Die hat dann gegen die Top 4 gekämpft Da war ein Jugon mit dabei Und sie hat auch, ja Raserei eingesetzt Scheiße Raserei eingesetzt Und ja Jugon hat das ganze Jahr Hohle eingesetzt Ergo Es war ein unendlicher Kreislauf Scheiße, vergiftete Zum Kotzen Recht Level 33 Juhu Drei Level Schlitzer Ja, ja perfekt Ja Und zwar Normalweise Kratzer und Schlitzer ist ja fast das gleiche Und Schlitzer ist ein bisschen stärker Aber ich will Ja, ich will die Raserei-Attacke weg haben Ich frage mich, ob er jetzt noch weiterhin Raserei einsetzt Tatsache Das ist sehr, das ist Ja, schwierig Weil du halt auch nicht gucken kannst jetzt Wegen Lebensenergie und sowas Auf einer Kernschmelze So, jetzt haben wir das Problem Erstmal bewegen wir uns Und man sieht es Nein Fuck Okay Mögen die Spiele beginnen Die Spiele mögen beginnen Quaps, das war so klar Setzen wir mal gleich Schlitzer ein Pau Volltreffer Perfekt Nein Schöne hier Wenn wir die jetzt alle auf einen Schlag besiegen Verliert er währenddessen nichts von Gift schadenmäßig Volltreffer Quapuzzi Jetzt wird's hardcore Schlitzer hinterher Alter, dreimal eingesetzt, drei Volltreffer Knapp vorbei Knapp vorbei ist auch daneben 1258 1258 Das ist Level 34 Ja, ja Ich bin wirklich ja Nehmen wir mal die Abkürzung hier Nehmen wir mal die Abkürzung hier Nehmen wir mal die Nehmen wir mal die Abkürzung hier rein Nehmen wir mal die Abkürzung hier rein Nehmen wir mal die Abkürzung hier Ohne einfach was bezahlen zu müssen Ne Pikachu Ne Pikachu Ja bin ich auch der Meinung Wenn du dich in der Weile nicht mehr um Pikachu kümmerst Dann wird er sauer und mag dich auch mal nicht mehr Aber nach einer Weile Wenn du dich halt die ganze Zeit alleine hast Du hast ihn die ganze Zeit als erstes Pokémon Du willst auch eigentlich keinen anderen Pokémon Weil du weißt, dass du Glumanda Glumanda, Shigi und wieder Samen kriegst Da kümmert du dich meistens halt nur um ihn So dass er halt ein bestimmtes Verhältnis zu dir kriegt Ergo, er mag dich einfach extrem So Ich denke die ganze Zeit nicht dran Aber wir haben ja ein scheiß Fahrrad Es gibt ja auch hier tausende Items und sowas Die man hier finden kann Dann wird es mal eins Nuggets Wow Ein verschlaffenes Pokémon ist in Prismaya City aufgetaucht Wer das wohl ist Wir konnten den anderen Weg noch nicht gehen Aus dem einfachen Grund Weil wir da nicht durchkommen zur Zeit Und hier kommen wir auch schon zur nächsten Stadt Prismaya City glaube ich ist das Ich bin mir nicht mehr so sicher Und hier haben wir wunderschöne Sachen Die wir machen können Ey, er hat ihn durch Wie zum Beispiel hier Die Kohle ausgeben Die wir verdienen Auf der anderen Seite Ich benutze einen Münzkopf Ich hätte gerne einen Porygon Aber ich hätte nicht wirklich das Glück Ich hätte heute eine Glückssträhne Perfektor Freut mich für dich Dann kommen wir mich hier In die Spielhalle Aber dafür brauchen wir erstmal einen Münzkopf Und ich habe keine Ahnung Wo wir den nochmal finden Tja Von dem kriegen wir nichts Nichts Ich habe keine Ahnung Wo wir den Münzkopf Oh oh Was staust du mich so an Däh Schenkt dem Poster an der Spielhalle Keine Wachtung Dahinter ist kein versteckter Schalter Nein Mit den Spielautomaten Verdienen wir unsere Eine goldene Nase Ja, das ist doch schön Okay, von dem werden wir auch keinen Korb kriegen Ich will das mal kurz zeigen auch Dann will ich mich glaube ich langsam mal Schluss machen Psst Unter der Spielhalle Befindet sich ein Keller Okay, cool Ja Nach mich wohl aus Ich bin pleite Jetzt ist Schluss damit Ich werde niemals wieder zocken Ja Das kannst du hier Kann mich jetzt nicht mehr gebrauchen Ach, jetzt ist ein Münzkopf Also ja Freude Freude Meine Pokémon sind ziemlich schwach Deshalb gehe ich oft zur Drogerie Mampf Der Mann dort drüben am Tisch Hat Haus und Hof gezockt Nom 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 Ich werde doch noch Hallo Wir machen gerade eine Pause Okay So, dann wollen wir es noch mal kurz zeigen Du hast nämlich auch hier das Glück Dass du manchmal haufenweise Äh Findest An Münzen Ja, ja Du bist scheiße Das weiß ich Dann zum Beispiel 10 Münzen haben wir hier Dann wollen wir noch die anderen Personen ansprechen Ich glaube jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance 20 Münzen Psst, hör mir zu Man sagt diese Spielhalle gehört Team Rocket Möchtest du auch spielen Junge? Ach, jetzt erhält 10 Münzen Netter Mann Ach, jetzt findet 10 Münzen Ja, es lohnt sich also noch ein bisschen so rum zu gucken Hey Du hast Wichtiges zu tun Champion Und Spie Die Arena Leiterin in Prismania City heißt Erika Sie trainiert Pflanzen Pokémon Sie wirkt sanft Doch man sollte sie nicht jeden Teil unterschätzen Klickspiele sind unheimlich Man wird schnell davon abhängig Ach, jetzt sind 20 Münzen Herrlich, das macht Spaß 100 Münzen Da haben wir den Hauptgewinn gefunden Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Ach, jetzt ist er halt 20 Münzen Gucken wir mal hier 10 Münzen Wir werden auch jetzt mal eine Runde spielen Und dann würde ich sagen Mach ich nochmal weitgehend bis zur Arena Leiterin Dann machen wir Feierabend Und 20 Münzen Perfekt Ein Einahmiger bedient Möchtest du spielen? Ja Das Smiley oben drüber ist cool Wie viele Münzen möchtest du setzen? Drei Auf geht's Maut sie Nix und nix Oh, fast hätten wir oben smogern Mach nochmal Drei Stück Sieben Sieben Nichts Nichts Das kann man Das kann man nicht kaufen Muss man sich echt fangen Normalerweise kann man sich Ähm Kann man sich Drago Äh Dratini Äh Hier kaufen Tschau Tschau eigentlich Gut Setzt Maut sie Paralyse eingesetzt Ich wollte nochmal attackieren Paralyse Setz Wickel ein Wickel Bum 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 Sie setz Wickel ein Ich konnte nichts dagegen machen Weil wenn du paralysiert bist Bist du langsamer als die anderen Also durfte sie nochmal angreifen Ich war paralysiert Wie gesagt Dann setzte Wickel ein Bist du fertig mit Wickel Bin ich dran Ich durfte Dann setzte sie nochmal Ne warte Dann hat sie nochmal Wickel eingesetzt Hat nicht getroffen Dann war ich dran Ich setzte Glut ein Paralyse Scheiße Setz Wickel ein Drei vier Runden später Setz sie Wickel ein Drei vier Runden später Setz sie Wickel ein Drei vier Runden später Setz sie Wickel ein Und trifft nicht Ich attackiere mit Glut Paralyse Das ging gerade Zehn bis zwanzig Minuten so Ich schwör's euch Naja Jetzt haben wir die Scheiße Hinter uns gebracht Und wir geben uns jetzt direkt Zum letzten Showdown Für dieses Let's Play Oder Let's Test So zu der Arenaleiterin Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich Du meine Güte Ich muss kurz Eignen Nicht sein Willkommen Ich bin Erika Die Arenaleiterin Von Prismania City Ich liebe die Kräfte der Natur Deshalb trainiere ich Pflanzen Pokémon Du möchtest gegen mich antreten? Also gut Ich werde ohnehin nicht verlieren Bläh Aber wir haben eine kleine Geheimwaffe Im Schlepptau Tangela Und wir ersetzen Saphira ein Aber als Glurathform Oh yeah Es hat sich entwickelt Bitches Klammergriff Das ist halb so schlimm Da kann ich wenigstens Noch attackieren Nein kann ich auch nicht Was für ein Bullshit Ey Weg mit dir jetzt Tangela Ich sagte Weg mit dir jetzt Und da brennt das Vieh Brennen Brennen Und tschüss Dann geht das down Ultrigaria Nein Möchte ich nicht Glut Glurath Das sieht irgendwie so Knochenmäßig aus Voll gruselig Säure Die ganze Haut ist weg Jetzt besteht Da wirklich nur Rausknochen Da hat jetzt noch Ein paar KP übrig Verteidigung sinkt Kratzer Verschwinde Scheißvieh Beutreffer Du Flor Nein Möchte ich nicht wechseln Und nochmal Glut Schon traurig Ein Glurath Das nur Glut kann Hat der nicht Kiflor Oder sowas Glut Und weg Ist es Achilles Besiegt Erika Ich muss meine Niederlage Eingestehen Deine Stärke ist Beachtlich Ich übergebe dir den Farborden Achilles gewinnt 3168 Pokodollar Der Farborden lässt die Pokémon Bis Level 50 Deinen Befehlen folgen Außerdem können deine Pokémon Nun stärker außerhalb Von Kampf und Einsätzen Anbinden Nimm bitte noch Dieses Geschenk Achilles erhält TM21 TM21 ist Megasauger Deine Pokémon erhält Die Hälfte der KP Die dieser Attacke Den Gegner abzieht Okay Leute Dann Sichern wir die Scheiße Jetzt hier 13 Stunden 10 Das heißt Oh wir spielen 2 Stunden Hier Das ist aber ein langes Let's Retro Achilles hat das Spiel gesichert Ich bedanke mich Fürs Zusehen Und verabschiede mich Mit einem wunderschönen Bildschirm Tschüss und ciao Ich bin�� Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin